Willkommen zur Brace Vivo 45 LS Tutorial Serie. In diesem Video werden wir die Optionen im Extras Menü durchgehen. Drücken Sie die Menü-Taste für das Menü Extras. In diesem Menü können Sie eine Option mit den Navigationstasten oben und unten auswählen und diese Option mit der Navigationstaste nach rechts öffnen. Wenn Sie zum Beispiel Patientenschlauchsystem wählen, markieren und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zur Patientenschlauchauswahl. Mithilfe der Navigationstasten können Sie den Schlauchtyp manuell ändern. Das Schlauchsystem kann nur im Standby-Modus geändert werden. Damit das Beatmungsgerät die Beatmung entsprechend den Einstellungen durchführen kann, ist es wichtig, dass das Patientenschlauchsystem korrekt ausgewählt ist. Der Inbetriebnahmetest erkennt dies automatisch, aber mit dieser Option können Sie den Schlauchtyp manuell auswählen. Wenn Sie diese Option verwenden, werden Sie vom Vivo 45 LS gefragt, ob Sie einen Inbetriebnahmetest durchführen möchten, da dies der Weg ist, die Schlauchkompensation zu ermitteln. Verwenden Sie die linke Navigationstaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren, oder drücken Sie alternativ erneut die Funktionstaste Extras. Wenn Sie die Profileinstellungen auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zum Bildschirm mit den Profileinstellungen. Mit den Navigationstasten können Sie manuell bis zu drei Beatmungsprofile aktivieren oder deaktivieren, in denen vollständige Parameter und Alarmeinstellungen gespeichert sind. Diese Funktion kann zur schnellen Auswahl für einen Patienten oder eine Pflegekraft verwendet werden, die unterschiedliche Einstellungen verwenden, zum Beispiel nachts oder tagsüber. Wenn Sie die Einstellungen für die HomeAdjust-Funktion auswählen und auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zum Einstellungsbildschirm des HomeAdjust-Modus. Mit den Navigationstasten können Sie diesen manuell ein- oder ausschalten. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, kann das Pflegepersonal bestimmte Behandlungsparameter einstellen, auch wenn das Vivo 45LS im Heimmodus betrieben wird. Diese Parameter haben einen begrenzten Einstellbereich, der vom Verordner vordefiniert wird. Das heißt, wenn sich das Vivo 45LS im gesperrten Heimmodus befindet, kann der Nutzer bestimmte vordefinierte Einstellungen innerhalb eines bestimmten Bereichs ändern. Wenn HomeAdjust auf Aus gestellt ist, sind alle Parameter für Änderungen im Heimmodus gesperrt. Die Grenzwerte für HomeAdjust werden im Abschnitt Setup definiert. Wenn Sie den Inbetriebnahmetest auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zum Bildschirm mit den Einstellungen für den Inbetriebnahmetest. Mit den Navigationstasten können Sie die Aufforderung zum Inbetriebnahmetest beim Einschalten des Vivo manuell ein- oder ausschalten. Ein Inbetriebnahmetest kann auch in diesem Menü manuell gestartet werden, kann aber nur durchgeführt werden, wenn sich das Vivo 45LS im Standby-Modus befindet. Wenn Sie die Einstellungen für die FiO2-CO2-Kalibrierung auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zu den Einstellungen für die FiO2-CO2-Kalibrierung. Die FiO2- und CO2-Kalibrierung kann nur durchgeführt werden, wenn sich das Vivo 45LS im Standby-Modus befindet und wenn das entsprechende Sensor zu Behör angeschlossen ist. Mit den Navigationstasten kann der Benutzer den Kalibrierungstest auswählen, den er durchführen möchte. Jeder Test führt den Benutzer auf dem Bildschirm durch den Kalibrierungsprozess. Wenn Sie die Einstellungen für den Gerätespeicher auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zu den Einstellungen für den Gerätespeicher. Diese werden für die Übertragung von Daten auf eine SD-Speicherkarte und für das Löschen der Gerätedaten, nur im klinischen Modus, verwendet. Wenn Sie die Einstellungen für die Patientenstunden auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zur Anzeige der Patientenstunden. Der Benutzer kann die Anzahl der Stunden anzeigen, die das Vivo 45LS seit dem letzten Zurücksetzen gelaufen ist. Um die Patientenbetriebszeit zurückzusetzen, verwenden Sie die Navigationstasten, um diese Option auszuwählen, und klicken Sie dann auf die rechte Navigationstaste, um vor dem Zurücksetzen eine Bestätigung zu erhalten. Wenn Sie die Option Compliance-Daten auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zum Bildschirm Compliance-Daten. Auf der Seite Compliance-Daten werden Informationen über die Nutzung des Beatmungsgeräts angezeigt, zum Beispiel Nutzungsstunden, Nutzungstage, Compliance-Tage und durchschnittliche Behandlungsdaten. Wenn Sie die Geräteeinstellungen auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zu denselbigen. In den Geräteeinstellungen können Sie Geräteoptionen wie Displaybeleuchtung und Helligkeit auswählen und ändern. Die Displaybeleuchtung kann auf Aus-, Ein- oder Automatisch eingestellt werden. Im Modus Automatisch erkennt das Gerät das Umgebungslicht und regelt die Helligkeit automatisch hoch und runter. Im verzögerten Modus wird das Licht automatisch nach 30 Sekunden ausgeschaltet, wenn kein Tastendruck erkannt wird. Einstellung der Alarmlautstärke Bei voller Lautstärke liegt der Alarm bei 85 Dezibel. Die Maßeinheiten können so eingestellt werden, dass sie ihren örtlichen Maßstäben entsprechen. Sie können auch die automatische Tastensperre einschalten. Die angezeigte Sprache des Bildschirms im Heimmodus oder im klinischen Modus kann auf Wunsch geändert werden. Außerdem können Sie das Vivo 45 LS so konfigurieren, dass die Compliance im Heimmodus angezeigt wird oder nicht. Wenn Sie die Zeit- und Datumseinstellungen auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zu den Einstellungen. Auf diesem Bildschirm kann der Benutzer Änderungen an den Zeit- und Datumswerten und dem Format vornehmen. Mit den Navigationstasten können die Werte nur angepasst werden, wenn sich das Vivo 45 LS im Standby-Modus befindet, während das Format jederzeit geändert werden kann. Die Zeit wird nicht automatisch an die lokale Sommerzeit angepasst, und es ist auch wichtig zu beachten, dass diese Zeit und dieses Datum für die Datumstempel aller Daten verwendet werden. Wenn Sie Geräteinformationen auswählen und dann auf die rechte Navigationstaste klicken, gelangen Sie zu den Einstellungen für die Geräteinformationen. Dieser Bildschirm enthält weitere Einzelheiten über das einzelne Gerät, zum Beispiel die Gesamtbetriebszeit, die Firmware-Version, das Sprachpaket, die Stromquelle und die Seriennummer des Geräts. Es werden auch Informationen über den Zustand der internen Batterie angezeigt. Batteriezustand zeigt die restliche Ladekapazität der internen Batterie im Vergleich zur Kapazität einer neuen Batterie an. Damit ist die Einführung in das Menü Extras für das Breyes Vivo 45 LS abgeschlossen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Education by Breyes Website. Vielen Dank für Ihr Interesse.